Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so ein Himmel-und-Hölle-Spiel richtig verhalten und vor allem auch beschriften kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal benötige ich ein quadratisches Papier, bedeutet, dass alle vier Seiten hier außen gleich lang sein müssen. Und ich verwende am liebsten hierfür ein DIN A4 Papier. Nehm diese eine Ecke, falte sie hier rüber, schau natürlich, dass es hier sauber übereinander liegt und dann streiche ich es einmal mit dem Finger. Hier klar, wichtig ist, man sollte nicht mit dem Fingernagel das Ganze klar streichen, da da durch den Papierschaden zugefügt wird. Als nächstes können wir hier das Dreieck gut erkennen, das ich jetzt gefaltet habe und genau in dieser Linie schneide ich jetzt einfach mal mit einer Schere das Papier noch ab. Nun kann ich nämlich das überschüssige Papier hier einmal auf die Seite legen und wenn ich das jetzt halt wieder hier aufklappe, habe ich schon alle vier Seiten gleich lang. Nun müssen wir mal Ecke zu Ecke falten. Wir haben es ja einmal schon gerade eben gemacht, dass dieses Dreieck hier entstanden. Dann natürlich noch einmal schön mit meinem Finger hier die Kante entlang ziehen. Ich falte das Ganze wieder auf und jetzt muss ich auch noch die andere Ecke hier unten nämlich zu meiner Ecke hier rechts oben falten. Und wenn das auch passt, ebenfalls wieder schön glatt streichen, dass wenn ich mein Papier jetzt öffne, hier so ein schönes Kreuz drin entstanden ist. Nun nehme ich meine eine Ecke hier unten, falte diese einmal in die Mitte hinein und wir konnten ja gerade eben schon sehen, dass hier ein Kreuz entstanden ist. Und genau wo dieses Kreuz in der Mitte sich trifft, da muss jetzt einmal diese eine Ecke nämlich hin. Wenn das passt, wieder hier unten schön mit dem Finger glatt streichen und das mache ich jetzt mal mit jeder Ecke hier. Wir haben hier jetzt wieder ein Viereck mit gleich langen Seiten erschaffen, was ich nach oben mit einfach öffnen kann. Und nun nehme ich einmal dieses Viereck, drehe es um, dass die Öffnung nach unten zeigt und hier kann ich jetzt schon wieder nämlich so ein Kreuz erkennen. Und nun drehe ich mir mein Papier wieder richtig zur Seite und ich mache dasselbe Spiel wie gerade eben wieder. Ich nehme alle meine vier Ecken und falte diese bis zur Kreuzmitte schön hin und streiche danach wieder alles mit dem Finger hier unten schön sauber. Wieder ist ein noch kleineres Viereck entstanden, was sich wieder nach oben hin ganz normal öffnen lässt und dieses falte ich jetzt mal in der Hälfte noch zusammen. Ich nehme also meine eine Seite hier unten, gebe sie nach oben hier rüber, dass es noch einmal halbiert wird und streiche wieder hier unten mit meinem Finger, dass es ganz schön klappt. Jetzt kommt der schwierigste Teil, der die Kamera leider auch etwas schwer zu erklären ist und zwar kann ich hier sehen, dass ich einmal mit meinem Finger zwischen das Papier hier schön hineingehen kann, dass sich mein Viereck hier leicht öffnet. Dasselbe Spiel kann ich jetzt nämlich auf allen vier Seiten hier auch machen. Also ich habe die zwei hier vorne geöffnet, halte es einfach mal mit dem Finger hier schön fest, dass es nicht wieder sich zusammen klappt und auch hier kann ich wieder zwischen mein Papier außen schön hineingehen, dass es sich so leicht öffnet. Und nun muss ich schauen, dass ich jetzt nämlich in der Mitte hier leicht zusammenfalten kann und somit haben wir nämlich das Spiel dann auch schon richtig gefaltet. Wie gesagt, das ist der schwerste Schritt und hier muss man einfach etwas länger meistens tüfteln. Damit mein Spiel hier aus bzw. auch hier innen später mit den Zahlen richtig herum beschriftet worden ist, empfehle ich erst einmal ein Bleitschrift zur Hand zu nehmen, dann so eine leichte Einmerkung zu machen. Hier zum Beispiel die 1 in die Richtung, die 2 in die, 3 hier oben und 4 hier unten und anschließend muss ich nämlich das Spiel jetzt wieder so öffnen und schauen, dass es sich am Ende wieder hier in der Mitte halbiert, so wie wir es am Anfang ja auch hatten. Anschließend kann ich hier nämlich die Zahlen dann richtig herum auch aufzeichnen, denn wenn ich es davor nicht irgendwie markiert habe, dann werden sie relativ sicher verkehrt herum am Ende drauf sein, was wir natürlich nicht haben möchten. Für das Innere würde ich mir auch erstmal entsprechende Markierungen machen, danach kann ich nämlich hier die Hälfte einfach einmal wieder aufklappen und dann auch hier solche lustigen Emojis zum Beispiel an die entsprechenden Stellen herankleben. Und somit haben wir unser Himmel- und Hölle-Spiel auch schon richtig gefaltet und vor allem auch lustig beschriftet. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so ein farbiges Bastelpapier, lustige Emojis bzw. Smiley-Aufkleber oder auch neue Buntstifte zulegen möchtest, um einfach Himmel und Hölle noch schöner zu gestalten, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markengestellen zum relativ günstigen Preis und das Beste hierbei. Das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in dein Geschäft hierfür fahren. Wenn du dir als Einzelwiesen und Tessilen hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.